Viele Legenden kursieren rund um den deutschen Waffen-Konstrukteur Hugo Schmeißer. Eine der beständigsten davon ist die angebliche Entwicklung durch Hugo des sowjetischen AK-47, auf Tomat Kalaschnikow, bei seinem Zwangsaufenthalt in der UdSSR. Die Informationen, die bisher in den Büchern und verschiedenen Videos veröffentlicht wurden, basieren hauptsächlich auf den Spekulationen und Annahmen der Autoren. Doch wir haben heute die Möglichkeit, Archivakten einzusehen und dokumentierte Tatsachen zu erfahren. In diesem Video werde ich euch darüber erzählen, was in den Akten über die Arbeit von Hugo Schmeißer in der UdSSR steht, wie groß war sein Beitrag in der Entwicklung der AK-47 oder anderer sowjetischer Waffen. Die meisten Menschen denken, dass die optische Ähnlichkeit des AK-47 vom Schmeißer entwickelten StG-44 Beweis genug dafür ist, dass Hugo Schmeißer auch die AK-47 entwickelte. Doch die automatischen Sturmgewehre sehen sich fast alle sehr ähnlich. Viel wichtiger ist das, was drinsteckt. In meinem früheren Video zur Entwicklung des StG-44 habe ich bereits den Werdegang des Sturmgewehrs dargestellt. Wenn ihr es euch anseht, werdet ihr feststellen, dass bereits der 1914 erste entwickelte russische Automat, was ein russischer Name für Sturmgewehr ist, bereits hohe optische Ähnlichkeit zum Automat Kalaschnikow und auch zum StG-44 aufweist. Doch die Entwicklung von jeglicher Art von Technik verläuft so, dass sich die Konstrukteure erst mal vorhandene Muster ansehen und dann erst versuchen, etwas Eigenes daraus zu entwickeln. Das läuft so bei den Autos, Panzern, Flugzeugen, Wasserpumpen und auch bei den Schusswaffen. Die optische Ähnlichkeit ist einfach durch die gleichen Anforderungen schon mehr oder weniger vorgegeben und durch den vorhandenen Stand der Technik. Doch es könnte ja trotzdem sein, dass Hugo Schmeißer die AK-47 entwickelt hat. Lasst uns doch mal sehen, ob das auch wirklich so war. Um der Sache genau auf den Grund zu gehen, lasst uns noch ein wenig weiter in die Vergangenheit reisen. Hugo Schmeißer arbeitete zur Zeit des Ersten Weltkriegs in der Theodor Bergmann Waffenfabrik. Dort hatte er im Jahre 1915 einen von seinem Vater im Jahr 1905 konstruierten Selbstladekarabiner für das automatische Feuer umgebaut. Dieser Karabiner war für das Verschießen von Pistolenmunition entwickelt worden. Die von Hugo konstruierte automatische Waffe wurde von ihm Maschinenkarabiner getauft. Durch die Waffenkommission nannte das gute Stück Maschinenpistole 18, kurz MP18. Die Briten nannten erbeutete Stücke der Waffe Submachine Gun. Das wurde zur Klassenbezeichnung von automatischen Waffen, die Pistolenmunition verschossen. Seit dieser Zeit wurden in vielen Ländern der Welt deutsche Maschinenpistolen mit dem Wort Schmeißer bezeichnet. In Bulgarien nennt man sogar fast alle automatischen Waffen noch heute Schmeißer. Im Jahr 1919 verließ Hugo Schmeißer die Firma Bergmann und kam 1921 zu Hänel und wurde 1925 dort Prokurist. Dort war er beteiligt bei der Entwicklung der Waffe, die später als Sturmgewehr 44 oder kurz Sturmgewehr 44 bekannt wurde. Nach dem Krieg wurde Hugo Schmeißer zwangsverpflichtet und arbeitete von 1946 bis 1953 in der UdSSR an Waffenentwicklung in der Stadt Izhevsk. Im Jahr 1947 wurde die AK 47 in den Dienst gestellt. Grund genug für viele zu sagen, dass der Kalaschnikow gar nicht die AK 47 entwickelt hat, weil er ja kein Ingenieur war und nur ein ungebildeter Sergeant, so die Begründung. Dazu muss man sagen, dass der Hugo Schmeißer auch keinen Hochschulabschluss hatte und ein Konstrukteur durch den Einfluss seines Vaters wurde, in dessen Firma er gearbeitet hat. Kalaschnikow arbeitete seit 1943 in einem der besten Konstruktionsbüros von UdSSR, wo ständig neueste Waffenmuster entwickelt wurden und auch ausländische Modelle analysiert wurden. Seine erste eigene Entwicklung hatte Kalaschnikow bereits 1942 in der Form einer Maschinenpistole mit sehr vielen originellen Lösungen, die Michael Kalaschnikow als einen sehr talentierten, jungen Konstrukteur zeigten. Mit dieser Entwicklung kam er zum Konstruktionsbüro und wurde dort gleich angenommen. Beide Konstrukteure wurden also ohne eine Hochschulausbildung zu berühmten Waffenentwicklern. Wie bereits in meinem Video zur Entwicklung des STG-44 gesagt, war der erste Anstoß zur Entwicklung des AK-47 ausgehend von einem erbeuteten Maschinenkarabiner MKB-42 von Händel bereits 1943 gestartet. Erste Muster wurden bereits 1944 präsentiert, wie Aftomat Sudaeva AS-44. Hugo Schmeißer war zu der Zeit noch in Deutschland und arbeitete bei Händel. Der Zweite Weltkrieg endete für Hugo am 3. April 1945, als die amerikanischen Streitkräfte Sul eingenommen haben. Hugo und sein Bruder Hans wurden von den Amerikanern befragt. Die Amerikaner hatten aber kein großes Interesse an dem Sturmgewehr 44, da die deutschen Kurzpatrone 7,92 x 33 mm für zu schwach gehalten wurde. Die Standardmunition der NATO wurde die 7,62 x 51 mm. Das Sturmgewehr 44 selbst hielten die Amis für eine Notlösung der Kriegszeit, die keine Daseinsberechtigung hatte. Die NATO-Mittelpatrone 5,56 mm wurde als Konsequenz aus dem Korea-Krieg erst 1958 entwickelt. Entsprechend den Vereinbarungen der Alliierten lag Sul in der sowjetischen Besatzungszone. Daher gingen die US-Truppen und es kamen die Sowjets. Die Sowjets wussten von dem Wert der deutschen Waffenentwicklungen, da sie es lange Zeit am eigenen Leibe spürten. Es wurde die vorhandene Dokumentation und Waffenmuster entnommen. Später wurden Kommissionen gebildet, die die vorhandenen Entwicklungen analysierten, um deren Verwendbarkeit für sowjetische Waffenentwicklung zu bestimmen. Denn es reicht nicht, einfach eine tolle Waffe zu entdecken. Deutsche Waffen wurden ja im Kriegsverlauf ständig erbeutet. Aber man kann nicht alles einfach nachbauen, da sich die Technologien der Herstellung und Verwendungsphilosophien unterscheiden. Man muss genau analysieren, welche Waffe oder ein Teil davon oder auch nur ein Funktionsprinzip wo und wie angewendet werden kann. Daraus müssen Empfehlungen ausgearbeitet werden, die dann an die richtige Stelle gehen. Hugo Schmeißer wurde also zu einer Kommission einberufen, als deutscher Spezialist. Dort arbeitete er zusammen mit anderen deutschen Waffenexperten, wie Karl Barnitzke, dem Hauptkonstrukteur von Gustloff-Werke, für einen Lohn von 750 Mark. Aber wieso hat Hugo eingewilligt, in solch eine Kommission einzusteigen? Wurde er etwa erpresst? Nein, die Firma Hennel wurde an das Land Thüringen übergeben, sprich verstaatlicht. Also war nix mehr mit Millionen Gehälter für Top-Manager. Hennel und andere Waffenfirmen wie Sauer und Sohn, Merkel, Greifelt und Co. wurden zusammengeschlossen zum VEB-Jagd- und Sportwaffenkombinat Ernst Tellmann-Suhl. Hans Schmeißer wurde in der neu gebildeten Firma als Finanzdirektor eingestellt. Doch für Hugo fand man keine Verwendung. Er musste zusehen, wie er für seine Brötchen verdient. Deswegen nahm er das Angebot mit Freuden an, in der sowjetischen Militärkommission arbeiten zu dürfen. Doch damit unterschrieb er auch gleichzeitig für eine langjährige Dienstreise nach Russland, in die Stadt Izhevsk beim Uralgebirge. Die Aufgabe dieser Kommission war aber nicht nur Information über deutsche Waffenentwicklungen zu sammeln, sondern auch die Suche von Waffenspezialisten, die wertvoll sein könnten und die Bildung von Arbeitsgruppen aus diesen. Diese Gruppen sollten Aufträge zur Nutzung der deutschen Entwicklungen auf UdSSR-Territorium abwickeln. Formell war diese Dienstreise nach Russland für die deutschen Spezialisten freiwillig. Doch in der Praxis war es ihnen nicht möglich, Nein zu sagen, da sie sich sonst eine andere Arbeit suchen müssten. Die Technologien wurden von Deutschland als eine Art Schadensbegleichung für den im Krieg angerichteten Schaden übernommen. Jeder deutsche Spezialist bekam tägliche Verpflegung und einen monatlichen Lohn zwischen 3 und 10.000 Rubel, je nach Qualifizierung und seinem Einsatz. Zum Vergleich lag der Durchschnittslohn in der UdSSR damals bei ca. 400 Rubel. Es war den Spezialisten erlaubt, ihre Familien mitzunehmen, Möbel und anderes Eigentum. Die Frau von einem Spezialisten hat sogar ihre Lieblingskuh mitgenommen, für die ein extra Tiertransport organisiert werden musste. Es war sogar erlaubt, inoffizielle Frauen, sprich Liebhaberinnen mitzunehmen. Man wollte die neuen Mitarbeiter maximal motivieren und nutzbar für das Land machen. Hugo Schmeißer hat sich entschieden, alleine zu fahren, obwohl die Familienverpflegung viel besser gewesen wäre. Denn seine Frau hatte gesundheitliche Probleme und der einzige Sohn war ein Invalide und brauchte ständige Pflege. Nach Eigenaussage von Hugo Schmeißer wurde ihm vom russischen Major ein hoher Lohn versprochen, mit dem er seine Familie unterstützen kann. Im Oktober 1946 begann der Transfer der Spezialisten. Beim Tagesanbruch wurden sie abgeholt mit einem Offizier und einem Übersetzer. Es wurde ihnen der Befehl zum Transfer der Spezialisten nach UdSSR für fünf Jahre vorgelesen. Dann wurden die Sachen, die sie mitnehmen wollten, in Lastwägen verladen. Für die Reise nach UdSSR bekamen sie Sonderwaggons. Am 24. Oktober 1946 kam Hugo Schmeißer am Zielort Ischewsk an. Alle deutschen Spezialisten wurden im Haus Nummer 113 auf der Roten Straße untergebracht. Dieses Haus wurde 1925 für die Werkselite der Isch-Stahl-Savod, also Ischewska-Stahlfabrik erbaut. Doch das Haus stand ungünstig, unweit der Fabrik, wo es staubig und laut war. Jedoch für die Verhältnisse, die in Russland sonst so herrschten zu der damaligen Zeit, waren diese Unterkünfte richtig luxuriös. Die Wohnungen hatten bis zu vier Zimmer, aber die Küche musste gemeinsam genutzt werden. Die Deutschen bekamen einen Betreuer, der ihnen bei allen Fragen helfen sollte, um sich im fremden Land zurechtzufinden. Die deutschen Spezialisten sollten in der Fabrik Nummer 74, heutige Ischmasch, arbeiten. Insgesamt waren es 16 Mann, die früher bei den Gustloff-Werken, Großfuß, DKW und so weiter gearbeitet haben. Außer dem Hugo Schmeißer waren die berühmten Werner Gruner und Kurt Horn, die Entwickler des bekannten MG42 dabei. Karl Barnitzke war der Hauptkonstrukteur der Gustloff-Werke. Der Hermann Weber war der Hauptkonstrukteur von DKW-Motorrädern. Sie wurden entsprechend ihrer Qualifikation in vier Gruppen aufgeteilt, Waffen, Motorrad, Kaltpressen und Chemieentwicklung, da in der Fabrik unter anderem Motorräder, Möbel und vieles mehr gebaut wurde. Hugo ging entsprechend in die Waffenentwicklungsgruppe rein, zusammen mit Werner Gruner, Karl Barnitzke, Oskar Schink, Kurt Horn und Oskar Betzold. Barnitzke wurde Gruppenleiter und die anderen zu einfachen Konstrukteuren. Von der Werksseite wurde die Gruppe von einer Übersetzerin betreut. Die Waffenkonstrukteure bekamen einen eigenen Raum in der Fabrik. Am Werksgelände wurden sie von einem Fabrikmitarbeiter begleitet, da sie nicht in die Fertigungshallen der Waffenfertigung gehen durften. Andere Fabrikarbeiter konnten sich mit ihnen über die Übersetzerin unterhalten. Russische Sprache hatte kaum jemand von ihnen gelernt, bis auf den Werner Gruner, der sich sogar russisch unterhalten konnte und seine Unterschriften in Russisch machte. Manche Autoren schreiben von bis zu 340 deutschen Spezialisten, die gezwungen wurden, in der Ischmasch-Fabrik zu arbeiten. Es kann sein, dass ein Teil der kriegsgefangenen Deutschen, die im Lager in der Nähe der Stadt Ischews gehalten wurden, zu den Spezialisten dazugezählt wurden, kurzerhand. Sie waren aber nur an Bauarbeiten von Gebäuden beteiligt. Eventuell zählte man alle deutsche Spezialisten, die sich in der UdSSR befanden zu dieser Zahl. Doch in der Fabrik Ischmasch in Ischewsk gab es wirklich nur 16 davon. Warum wurden die deutschen Spezialisten ausgerechnet nach Ischewsk geschickt, nicht jedoch in andere große Waffenentwicklungsstädte wie Tula, Kowrow oder Klimowsk? Während des Krieges bekam die Stadt zusätzliche Fabriken. Aber es fehlte an Fachkräften. Es gab nur ein Technikum und keinerlei technische Universitäten in Ischewsk. Also wurde gehofft, dass die Deutschen hier bei der Vorbereitung der Fachkräfte mitwirken können und ihre praktischen Erfahrungen teilen würden. Zusätzlich war Ischewsk ideal geeignet, um aus Geheimhaltungsgründen die Deutschen nicht an die neuesten Waffenmuster heranzulassen, da dort nicht neu entwickelt wurde. Es wurden hauptsächlich Waffen produziert, die in anderen Städten entwickelt wurden. Die deutschen Spezialisten mussten zwar eine Geheimhaltungsverpflichtung unterschreiben, jedoch konnte niemand garantieren, dass nach der Rückkehr nach Deutschland diese nicht zu den Amerikanern überlaufen, um von den neuesten sowjetischen Waffen zu erzählen. Die Hauptwaffe, die damals in der Ischmasch-Fabrik gebaut wurde, war Karabiner Modell 1944, dessen Konstruktion nicht besonders interessant war. In dem Gesamtbericht über die Aktivitäten der deutschen Spezialisten aus dem Archiv steht geschrieben, dass von 1946 bis 1948 die Gruppe an einem Spezialauftrag der Technischen Leitung arbeitete. Alle Aufgaben wurden im Januar 1949 erfüllt. Das wurde an das Technische Ministerium berichtet. Weitere Aufträge seitens Ministeriums wurden nicht erteilt. Danach war die Gruppe mit laufenden Aufgaben beschäftigt, solche wie Projektierung von Gerätschaften und Hilfszeugen, Modernisierung von Apparaten. Weiter in dem Bericht steht die Schlussfolgerung. Die deutschen Spezialisten können infolge der Geheimhaltung nicht an Waffenneuentwicklungen beteiligt werden. Das bedeutet, dass man sie aus Waffenneuentwicklungen rausgehalten hat, aus Angst, dass etwas Information an die Amerikaner verloren geht. Da der Werksdirektor dafür die volle Verantwortung tragen würde, hat er sie aus allen Entwicklungstätigkeiten rausgehalten. Weiter in dem Bericht werden alle Konstrukteure einzeln bewertet. Von allen deutschen Konstrukteuren bekam Hugo Schmeißer die schlechteste Bewertung. Wörtlich lautete diese so, Hugo Schmeißer besitzt keine technische Ausbildung. Im Laufe seiner Arbeit in den Projekten zeigte er sich als Praktiker. Er lehnt alle Konstruktionsaufgaben ab mit der Begründung der fehlenden technischen Ausbildung und des Mangels an Konstruktionsfähigkeit. Diese Beurteilung wurde mit dem Ziel erstellt, einschätzen zu können, ob es sich lohnt, die jeweiligen Mitarbeiter bei der anlaufenden Serienfertigung des AK-47 einzusetzen. Die AK-47 war bereits entwickelt worden und bei der Serienfertigung wurden naturgemäß Kinderkrankheiten und Fertigungsprobleme erwartet. Wie Kalaschnikow selbst später erzählte, wurden in den ersten zwei Jahren der Produktion um die 50 Änderungen in die Konstruktion des AK-47 eingebracht. Hierzu wurden Spezialisten benötigt, die während der Fertigung Konstruktionsänderungen und Verbesserungen einbringen könnten. Es musste eingeschätzt werden, ob man deutsche Spezialisten bei einem Projekt, das der höchsten Geheimhaltung unterliegt, nutzen könnte und sollte. Für die Werksleitung könnte das zum richtigen Problem werden. Falls sich später herausstellen sollte, dass die Deutschen, die am geheimen Projekt mitgearbeitet haben, nach der Rückkehr nach Deutschland zu den Amerikanern übergelaufen sind und die Details des Projekts verkauft haben. Falls jetzt jemand meinen sollte, dass die Bewertung von Hugo mit Absicht schlecht gemacht wurde, lesen wir mal die Bewertung von Dr. Werner Gruner, der im gleichen Raum arbeitete. Ingenieur. In der Zeit seiner Arbeit zeigte sich als hochqualifizierte Kraft mit hohem theoretischem und technischem Wissen, nicht nur in der Waffenkunde, sondern in allen Bereichen des Ingenieurswesens. Zeigt gutes Verhältnis zur Arbeit. Oder hier die Bewertung von Karl Barnitzke. Ingenieur. In der Zeit seiner Arbeit zeigte sich als hochqualifiziert mit hohem Erfahrungsschatz und Wissen im Gebiet der Projektierung von Waffen. Zeigt ein gutes Verhältnis zur Arbeit. Von den deutschen Spezialisten hat Hugo Schmeißer die schlechteste Bewertung erhalten. Wenn er so gut und so wichtig war, wie auf der Wikipedia-Seite behauptet wird, ist das unverständlich. Es gibt aber noch ein Bewertungsdokument, das mit September 1951 datiert ist. Dort wird beschrieben, was Hugo seit November 1946 gemacht hat. A. Beratung bei der Entwicklung von Infanterie-Schusswaffen. Also ein bisschen rumschwaffeln. B. Entwicklung eines Stangenmagazins für die Maschinenpistole PP-CHA 41. Die Produktion von PP-CHA 41 wurde bereits 1944 eingestellt. W. Entwicklung eines Magazins für das Gewehrmodell des Jahres 1891. G. Projekt eines Automat, was im russischen für Sturmgewehr verwendet wird, zur deutschen Patrone 0,8. Wahrscheinlich war hier die Kurzpatrone 7,92 mm gemeint. Weiterhin heißt es, dass Hugo Schmeißer ein enges Spezialisierungsgebiet aufweist und daher nur selten bei Projekten eingesetzt werden kann. Seine Arbeit stellt nichts Geheimes dar. Wegen der fehlenden technischen Ausbildung kann keine technischen Aufgaben erfüllen. Während seinem Verbleib brachte er quasi keinen Nutzen. Sein Denken ist kapitalistisch, bedeutet gewinnorientiert. Zieht die anderen Deutschen mit runter. Die Geheimarbeiten wurden ihm nicht anvertraut. Wenn also der Hugo etwas mit geheimen Projekten zu tun hätte, würde das in seiner Bewertung stehen und entsprechende Berücksichtigung finden. Sonst riskierte der Werksdirektor eine hohe Strafe. Zum Vergleich noch die Bewertung des Karl Barnitzke, damit er nicht glaubt, dass die Bewertung vom Hugo gefälscht wurde, um den guten deutschen Waffenentwickler schlecht zu machen. Karl Barnitzke hat einen Abschluss einer Technischen Hochschule der Stadt Berlin. Arbeitete an folgenden Projekten. A. Technisches Projekt und die Zeichnungen für einen Selbstladekarabiner Kaliber 7,62 mm für die Patrone von 1943. Die Mittelpatrone ist gemeint. B. Technisches Projekt und Zeichnungen für Panzer MG 7,62 mm Kaliber. W. 9 mm Maschinenpistole für die deutsche Patrone 08. Technisches Projekt und Zeichnungen. G. Projekt eines Automat mit halboffenem Verschluss für die deutsche Patrone. D. Eine Reihe von Projekten zur Anpassung, die nicht mit der Produktion unserer Fabrik zusammenhängen. Arbeitete derzeit am Projekt einer Pistole mit Kaliber 5,6 mm. Während seiner Arbeit zeigt er ihr hohes Wissen eines qualifizierten Spezialisten, besitzt hohe Erfahrung in der Projektierung. Der Verbleib in der UdSSR belastet ihn. Politisch nicht beständig, kennt keine Geheimprojekte der Fabrik. Wie man sieht, komplett unterschiedliche Bewertungen für zwei deutsche Spezialisten, die zur gleichen Zeit, zu gleichen Bedienungen dort gehalten wurden. Beim Werner Gruner z.B. steht in der Wikipedia-Beschreibung, dass er in die UdSSR verbracht wurde. Doch beim Hugo Schmeißer wurde plötzlich ein Verschleppt daraus. Es gibt noch ein Dokument, ein Beschwerdebrief vom Hugo Schmeißer persönlich, in dem er sich über zu geringen Lohn beschwert, weil er weniger kriegt, als mit dem in Deutschland vereinbart wurde. Ein russischer Major hat ihm viel mehr Geld versprochen von der Abreise nach Russland. Er hat sich selbst alles Wissen als Erfinderkonstrukteur angeeignet und seine Waffen sind weltberühmt. Wenn die Fabrik keinen Einsatz für ihn finden kann, bietet er sie ihn wieder zurück nach Deutschland zu schicken. Der Werksdirektor antwortet kurz, dass er seinen Wunsch nach mehr Geld nicht entsprechen kann. Also das alles liest sich nicht wie von einem verschleppten Zwangsarbeiter geschrieben. Dass die Waffenbauer in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg eine ähnlich miese Lage befürchtet haben, wie nach dem 1. Weltkrieg, und daher jeder Beschäftigung nachgingen, ist verständlich. Hugo Schmeißer hatte die Krise nach dem 1. Weltkrieg selbst miterlebt. Wie er selbst schreibt, war er eher ein praktischer Konstrukteur, ein Bastler, der in der Werkstatt Teile anpasst. Technische Dokumentation, Zeichnungen, das war nicht seine Stärke. Doch in der Fertigung wurden die deutschen Spezialisten nicht reingelassen. Daher blieb Hugo mehr oder weniger ohne eine bestimmte Beschäftigung und machte für bereits ausgelaufene Waffen irgendwelche Anpassungen. Die Erwartungen der Fabrik wurden nicht erfüllt, daher wurde sein Lohn gekürzt, von anfangs 5.000 Rubel bis auf 2.000 Rubel runter. Hugo war schon über 60 Jahre alt und seine Ambitionen scheinbar recht weit gesunken. Er litt an einer Lungenkrankheit und las während der Arbeitszeit am liebsten eine Zeitschrift, wie der Evgeny Dragunov, Entwickler des gleichnamigen Gewehres, als Zeitzeuge bestätigte. Dr. Gruner zum Beispiel machte auf Dragunov einen komplett gegensätzlichen Eindruck. Wie er sagte, Dr. Gruner kombinierte ausgezeichnet die Eigenschaften eines Wissenschaftler, Theoretiker und eines Ingenieurpraktikers. Ein weiterer Zeuge der Arbeit von deutschen Spezialisten, Wladimir Grinberg, der Stellvertretende des Hauptkonstrukteurs, sah sie damals bei seinem Praktikum jeden Tag arbeiten. Er wunderte sich über die hohe Qualität der deutschen Zeichnungen und ihr hohes Fachwissen. Dabei hob er ebenfalls den Dr. Gruner besonders hervor. Er schrieb, die Deutschen machten sehr viele Projekte, fast pausenlos. Sie bekamen ständig neue Aufgaben. Doch das, was sie machten, wurde nirgends verwendet. Er hat sich eine Riesenmappe an von ihnen entwickelten Projekten gesammelt. Diese Mappe liegt bis heute im Archiv der Fabrik, unberührt. Hugo Schmeißer kehrte nach Deutschland am 9. Juni 1952. Manchmal wird geschrieben, dass Hugo für die Sowjetunion sehr wichtig war und daher später zurückkehrte als die anderen Spezialisten. Doch in der Realität sagt es nichts aus. Die anderen deutschen Ingenieure schrieben in ihren Memoiren, dass eine Logik in der Reihenfolge, in der sie zurückgeschickt worden sind, nicht erkennbar war. In der ersten Charge der Rückkehrer waren erstklassige Spezialisten, aber auch einfache Arbeiter dabei. Zum Beispiel verstarb einer der Spezialisten während dem Aufenthalt in der UdSSR. Doch seine Frau und Kinder wurden nicht sofort zurückgeschickt, da ihr Aufenthalt ja nur Geld gekostet hatte und keinen Nutzen brachte. Sie wurden später zurückgeschickt als andere. Bedeutet das etwa auch, dass sie sehr wichtig für die Sowjetunion waren? Wahrscheinlich wurde die späte Rückkehr vom Hugo einfach nur durch die Bürokratie bestimmt. Sein Nachname Schmeißer beginnt mit dem russischen Buchstaben Scha, was ziemlich am Ende des russischen Alphabets steht. Die Fälle wurden eventuell stur nach dem Alphabet abgearbeitet. Die Rückkehr war bitter für Hugo, denn sein Sohn Ulrich verstarb während seines Aufenthalts in der Sowjetunion. Alle Patentrechte von Hugo verloren ihre Kraft. Die Firma Händel existierte nicht mehr. Hugo und seine Frau Nelly lebten in dem Familienanwesen Jugendstil auf dem Philosophenweg 5 in Suhl. Ein paar Monate nach der Rückkehr versuchten die Geheimdienste der USA und Großbritannien mit ihm Kontakt aufzunehmen. Die Briten hatten sogar einen Plan ausgearbeitet, um Hugo aus der DDR zu entführen. Doch Hugo Schmeißer wies alle Vorschläge der Mittelsmänner zur Flucht zurück und begründete das mit dem schlechten Gesundheitszustand. Die Geheimdienste wollten natürlich Informationen zu den neuesten sowjetischen Waffenentwicklungen, doch der Hugo konnte ihnen nichts bieten. Hugo Schmeißer verstarb am 12. September 1953 im Krankenhaus der Stadt Erfurt während einer Lungenoperation. So kann man an dieser Stelle mit Sicherheit behaupten, dass eine Sensation ausbleibt. Die Dokumente und die Zeugenberichte lauten einstimmig, dass wegen der Geheimhaltungspflicht die deutschen Spezialisten nicht in die Entwicklungspläne der aktuellen und zukünftigen Waffen eingeweiht wurden. Die meiste Zeit haben sie Projekte entwickelt, die keine Verwendung fanden und zu Regalhütern im Archiv wurden. So eine Art von Tätigkeit mochte Hugo Schmeißer nicht, da er kein Ingenieur war, sondern ein Spezialistpraktiker, quasi Bastler. Bei Hänel wurden die Waffen meistens ohne die Anfertigung kompletter Dokumentation als Blaupausen projektiert, nur anhand von Skizzen, Eskisen oder mündlichen Anweisungen. In dieser Hinsicht unterschied sich die Arbeit in Eschevsk stark. Das drückte wahrscheinlich stark auf Hugos Arbeitsmoral, was wiederum zur Senkung seines Gehalts und der schlechten Bewertung führte. Doch auch wenn Hugo tatsächlich den Wunsch hätte, eine neue Waffe für die Sowjetunion zu entwickeln, stand ihm sein Alter, seine schlechte Gesundheit und die Sorgen um seinen schwer kranken Sohn im Wege. Das war es zum Thema Hugo Schmeißer in der UdSSR. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch ein Video über einen berühmten Waffenkonstrukteur haben wollt, bitte Daumen hoch setzen und in die Kommentare schreiben, welchen. Ab 700 Daumen hoch gibt es ein Video über den Kalaschnikow, den Entwickler des bekannten Sturmgewehrs. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's es gut! Und bis zum nächsten Video.